Wichtige Änderungen für Rentner im Dezember 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2022 neigt sich ja ganz schnell dem Ende entgegen. Das Jahr 2023 steht vor der Tür und dort haben wir es ab Januar 2023 mit vielen wichtigen neuen Gesetzen und Änderungen im Jahr 2023 zu tun. Aber bevor das alles eintritt, gibt es ja noch den Dezember 2022 und auch hier wichtige Änderungen für Millionen Rentnerinnen und Rentner. Fangen wir gleich mal an. Ab dem 1.12.2022 gibt es im Dezember die sogenannte Soforthilfe Gas und Fernwärme. Konkret bedeutet dies, dass Millionen Rentnerinnen und Rentner im kommenden Monat Dezember die Abschlagszahlungen nicht bezahlen müssen, diese also erlassen werden oder bei der Fernwärme dann mit der Betriebskostenabrechnung im Jahr 2023 verrechnet wird. Ab dem 1.12.2022 startet wie jedes Jahr das sogenannte Schlechtwettergeld oder die Schlechtwetterphase. Diese läuft vom 1.12.2022 bis zum 31.03.2023. Dann gibt es ja bekanntermaßen Arbeitsmangel wegen schlechten Wetters auf dem Bau. Das ist vorprogrammiert, damit die Mitarbeiter im Betrieb gehalten werden können, gibt es dann das sogenannte Saison-Kurzarbeitergeld oder aber auch im Volksmund Schlechtwettergeld genannt. Am 1.12.2022 startet die Energiepreispauschale für Rentner. Die Bundesregierung will auch Rentnerinnen und Rentner bei den Energiepreisen entlasten. Das ist bekannt. Diejenigen, die eine laufende gesetzliche Rente ab dem 1.12.2022 beziehen, dazu haben wir auch schon sehr viele Videos gedreht, erhalten dann eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro gezahlt. Insgesamt sollen rund 20 Millionen Rentenbezieher in Deutschland diese Energiepreispauschale erhalten. Zahlungsende ist in der ersten Runde der 15.12.2022. Dazu gibt es dann eine gesonderte Zahlung, die nichts mit der Rentenzahlung zu tun hat. Als nächste Änderung am 31.12.2022 läuft die Frist für die freiwillige Steuererklärung für das Jahr 2018 ab. Wichtig zu wissen für alle diejenigen, die noch eine Steuererklärung freiwillig abgeben wollen, statistisch gesehen gibt es bei einer Steuererklärung rund 1.000 Euro Steuererstattung. Das ist vielleicht mal ein ganz netter Betrag noch zum Jahresende und entlastet sie sicherlich auch bei hohen Energiekosten. Eine wichtige Änderung betrifft den Weihnachtspostversand. Wer Weihnachtsgeschenke rechtzeitig versenden will, Weihnachten steht wieder vor der Tür. Bitte Weihnachtsgrüße an die Liebsten und Pakete nicht auf den letzten Drücker versenden. Der Postversanddienst DHL hat Einlieferungsschlusszeiten bereits veröffentlicht. Für Päckchen im Inland ist die Fristablauf 20.12.2022. Sendungen ins Ausland sollten bis zum 15.12.2022. abgegeben werden. Für den Expressversand gilt der 21.12.2022 als Einsendeschluss. Für Postkarten und Briefe vor Weihnachten ist in Deutschland ab dem 22.12.2022 Schluss. Danach werden die Briefkästen über die Weihnachtszeit dann nicht mehr gelehrt. Innerhalb von Europa ist Einsendeschluss bei Briefen und Weihnachtsgrüßen der 14.12.2022 und außerhalb von Europa sogar schon noch vielzeitiger der 7.12.2022. Und last but not least zum Schluss am 1.12.2022 entscheidet der Bundestag final über den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten und die Dynamisierung oder Neuregelung der Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Ich finde viele kleine wichtige Änderungen, die noch im Dezember 2022 anstehen, damit auch für Sie als Rentnerinnen und Rentner möglicherweise interessant sein können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel